herzlich willkommen zu einem neuen video heute geht es weiter rs4limo wir haben post bekommen debilers freut mich auch wirklich mittlerweile dass wir mit der firma so viel zusammen machen wir waren ja mehrfach da ist für mich einfach ein familienbetrieb der nach wie vor tuning betreibt wie er was wirklich selten geworden ist ich sage nur essen motorshow die vitrien mit den ganzen gegossenen teilen drin die verschiedenen ansaug kits und so weiter egal auf jeden fall die firma kann viel viel mehr als man eigentlich denkt und wir gehen immer tiefer in das thema nockenwellen ein wir hatten ja gerade noch ein paar nockenwellen für oma golf bauen lassen ganz zarte dinge mit 304 grad das war glaube ich das krasseste was die jemals für ein vr gebaut haben ich hätte gerne noch mehr ging aber nicht das war wirklich das maximum was aus ihren rohlingen auszuholen war hat brutal funktioniert wir haben leider noch keine leistung gemessen aber ich denke mal 317 kamera mit frontantrieb braucht man nicht mehr zu sagen so jetzt sind die wellen für limo da sollten eigentlich vor der s motorshow schon da sein deswegen konnten wir sie nicht mal einbauen ist aber nicht schlimm ich habe gerne gewartet weil auch hier wollte ich wirklich ein krasses profil haben was auf die wellen einfach sonst gar nicht drauf ging bevor ich das jetzt auspacke wollte ich euch allerdings einmal noch mal die stadt hier zeigen ich habe es jetzt mit absicht noch nicht zerlegt ich finde aber die version der videos geil dass wir eine seite immer bauen und die andere seite im nächsten video zeigen weil wir so einfach schneller vorankommen weil wir können einfach nicht dauerhaft filmen weil krach lärm ohrschoner maske ist einfach in summe dann doch so dass wenn man vorankommen will man eine seite lieber in ruhe baut aber beide seiten sind jetzt fertig ansaugung und ansaugung ist wirklich nur hier gucken wir mal wie das rohr hier drin hängt ist für mich einfach nur tolles wir werden übrigens zu wagner fahren und werden auf der flowbench einmal den ladluftküller durchmessen weil wirklich ich weiß nicht wie viele kommentare ich re kommentiert geantwortet habe weil es scheinbar wirklich leute denken dass dieser kasten so brutal schlecht wäre dass das ding am ende 500 ps weniger hat was in meinen augen absoluter quatsch ist weil wir haben mittlerweile wirklich kann ich wirklich sagen einen grundschatz an erfahrung der wirklich nicht wenig ist und es gibt kühler die bei viel mehr leistung funktionieren die viel schlechter sind also und ihr könnt euch selber angucken hier ist einfach auch nicht mehr platz punkt das ist jetzt wirklich alles so ein bisschen platz muss natürlich überall bleiben das ist aber auch minimum und ich bin mir ziemlich sicher also ich bin gespannt ob wir überhaupt ein verlust gegenüber dem original kühler messen können auf der flowbench deswegen egal könnt ihr euch darauf freuen irgendwann fahren wir noch mal hin ihr werdet es mitbekommen entweder als video oder instagram wie auch immer das ist soweit ready als nächstes kann der motor wieder raus zum motorhalter bauen aber heute wollen wir uns erstmal noch einmal mit dem thema knockenband beschäftigen so was machen wir als allererstes gucken wir was uns das hier geschickt hat ich hoffe noch ein bild unboxing machen wir eigentlich relativ selten ehrlich gesagt viele machen das ja viel viel mehr wir machen das rechte das ist genau das gleiche wie ich hier auch habe der name da drauf steht ist angenehm die cash edition ach so ja das witzige ist die bilas haut die sachen wirklich so in online shop rein also jeder der bock auf diese nockenwellen hat kann die sich tatsächlich im online shop kaufen auch die oma welt und so weiter das ist schon mal so ein schön tisch tatsächlich aufgeräumt für euch glockenwelle nummer eins ja man muss auch sagen in sachen qualität hat sich da definitiv auch wieder was getan weil das sieht schon gut aus also das ist definitiv kein keine ungeschliffene originalwelle sondern das ist komplett ein eigener rohr legen den sie umarbeiten hier für mich perfekt eine sache ist nämlich aber dafür packe ich erst mal eine andere welle aus noch mal eine einlass hier wenn ich nachher nicht weiß welche ausgepackt haben wir haben die rechte ausgepackt ich werde spätestens beim einmessen sehen aber dann muss ich ja nicht unnötig viel arbeiten original haben diese wellen bei dem fahrzeug beide ein verpresstes rad so das heißt man kann einlass zu auslass gar nicht einstellen so hier kommt das rad drauf auf der auslasswelle sitzt das rad mit dem zahnriemen da hat guido mir wieder ein geiles verstellbares rad gedreht das muss ich einfach so an der stelle vielen dank an guido für mich eines der besten dreher deutschlands verstellbare nockenwindräder gebaut aus einem original rad weil gibt es eigentlich nicht zu kaufen das heißt original rad original rad und dazwischen quasi passend mit vor allem guckt euch das mal an man merkt es schon beim verstellen wie geil das läuft dazwischen diesen alu einsatz alu ganz wichtig wenn ich zu schwer werden zu verstellen jetzt sagt man sich warum verstellen bei dem motor ist es ja so das ding sitzt ja auf dem konus drauf das heißt ich kann es ja eigentlich verstellen wie ich will ja jeder der dieses rad von dem konus schon mal gelöst hat im abzieher weiß wie es in dem moment knallt das heißt es verstellt sich alles und ihr könnt es gar nicht so genau einstellen deswegen erkläre ich jetzt erstmal aufbau bei meinem auto wird es so sein erste einstellbare sache die nicht original ist ist die auslasswelle auf der nockenwelle die auslasswelle auf der nockenwelle die der zahnriemen auf der auslasswelle ist schon mal einstellbar das heißt hierüber können wir später im auto die auslasswelle einstellen normalerweise ist hier aber auch ein gepresstes rad drauf das heißt in kombination mit der auslasswelle verdrehen wir über die kette die einlasswelle mit genau aus diesem grund ist jetzt auf der auslasswelle ein verstellbares kettenrad drauf das hatte bilas hier so gebaut das heißt wir können anschließend die kleinen schräubchen los machen wo die einlasswelle verstellen dafür sind auch diese schönen sechs kant hier dran auf der auslasswelle damit man okay ich habe es nicht ganz richtig gesagt wir können natürlich auch die einlasswelle da stehen lassen wo sie ist und verstellen die auslasswelle am ende können wir auf jeden fall auslasswelle verstellen einlasswelle verstellen und dann kommt noch der punkt dazu hier zwischen ist der versteller der die einlasswelle das ist nicht ein versteller der stufenlos ist sondern er kann die einlasswelle nur 22,5 grad nach früh ziehen das heißt wir verdrehen die ganze nockenwelle so da sind wir bei einem entscheidenden punkt vr 6 hat eine nockenwelle für einlass und auslass das heißt beim vr 6 ist es so das ist einlass das ist auslass der bereich zwischen einlass und auslass es ist ja im ot so auslass geht zu einlass geht auf diese überschneidung ist die sogenannte spreizung bei den nockenwellen was wirklich eine wichtige größe ist weil die spreizung der nockenwellen die überschneidung gibt die ganze charakteristik von dem eigentlichen motor vor weil die spreizung gibt somit vor wie weit die ventile im ot offen oder zu sind und ihr könnt euch natürlich vorstellen gerade bei einem turbo motor habt ihr viel überschneidung pfeift der ganze ladedruck einfach durch das heißt einlassventil geht auf wenn in dem moment der auslass noch ein bisschen offen ist nur aber auf dem einlassventil drei bar hast könnt ihr euch vorstellen was mit den drei bar passiert deswegen ist das so eine größe die gefährlich ist deswegen war es auch so schwer beim vr die perfekten wellen zu finden weil du es beim vr einfach nicht einstellen kannst bei limo ist es folgendermaßen wenn ich weniger oder mehr überschneidung motor haben will kann ich einfach dieses rad verdreht auslassseite das heißt ich kann die beiden einlasswellen zueinander verstellen und kann wenn ich bock habe einfach sagen beide ventile zu im auslass im ot kann aber auch beide aufstellen bin da komplett frei von der einstellmöglichkeit deswegen haben wir zum glück in der vergangenheit über dieses auto schon so viel gelernt dass wir es beim vr gar nicht mehr verstellen mussten hätten auch nicht können weil wir können nicht die nockenwelle durchschneiden und zusammenschweißen das heißt das hat zum glück beim ersten mal echt gut getroffen in dem fall wird es deutlich einfacher weil wir können es einfach einstellen macht es natürlich auch wieder komplizierter weil wer viel einstellt kann auch viel verstellen wer sagt man wie sagt man so schön wer viel mist mist viel mist deswegen das ist halt immer auch gefährlich aber wir tasten uns das stückchenweise an soviel zur theorie das heißt wir wollen heute klären erster punkt wir waren ja auf der flow bench mitte des jahres bei ng und haben mit renke zusammen die köpfe durchgemessen und haben dabei festgestellt was die perfekten hübe für der den kopf ist genau so haben wir den kopf jetzt gebaut das heißt wir sind auf ein ergebnis gekommen von wir machen auch kein geheimnis draus weil kann man eh später kaufen wir haben einlassseitig 292 grad auslassseitig 296 grad das hat jetzt gerade nichts mit der flow bench zu tun aber einlassventil 10,7 mm hub auslassventil 12,0 mm so das ist der hub den wir auch auf der flow bench gemessen haben ab da wurde der flow im kopf nicht mehr das heißt wir brauchen den motor auch gar nicht noch mehr belasten durch noch mehr hub der gar nicht notwendig ist gradzahl haben wir so weit nach oben geschoben wie es ging weil das liegt immer einfach daran wenn ihr euch das profil anguckt dieses profil hat natürlich gewisse gewisse einfach grund eine gewisse grundauslegung wo man dann einfach nicht mehr drumherum kommt weil diese diese extrem hohe gradzahl heißt dass am anfang und am ende der nocken schon breit auseinander geht weil das ventil von der drehung her früh geöffnet wird und auch spät schließt das macht diesen baurigen fetten nocken aus und dieser baurige fette nocken geht halt nur wenn die grundauslegung des rohrlings schon relativ fett ist und das war wirklich das maximum was aus diesem rohling auszuholen war einlass 2,92 was für ein 5 ventiler echt vieles auslass 2,96 ist auch schon es ist auf jeden fall deutlich zorniger als die letzten nockenwellen die ich gefahren bin so wir müssen klären in kopf rein falsch wir müssen aus dem kopf noch mal einlass und auslass federn nehmen müssen die auf der federwaage einmal checken wie viel vorspannung haben sie im sitz jetzt gerade eingebaut das können wir jetzt zur sekunde eh nicht ändern man könnte sie nur unterlegen viel viel wichtiger ist aber lässt die feder noch 12 mm hub zu im auslass im einlass 10,7 ein bisschen rest knappen millimeter brauchen wir noch als schutz weil wenn das nicht der fall ist kann es schon reichen den motor im leerlauf laufen zu lassen und es geht schon was kaputt weil wenn die feder auf block geht ihr könnt euch das vorstellen eine feder drückt sich komplett zusammen eine feder drückt sich komplett zusammen liegt aufeinander die der nocken will aber weiter drücken drückt hier oben immer weiter drauf massiert das ding da immer weiter rein ist nicht gut wollen wir nicht haben deswegen checken wir das lieber auf jeden fall nächste punkt den wir checken müssen jetzt wo der motor zusammen ist eigentlich macht man es mit knete ich mache es immer so weil es einfach sicherer ist kolben auf ot und tatsächlich einlass als auch auslasswelle gucken wie weit das ventil noch rein kann bis es auf kolben aufliegt das heißt das machen wir ganz vorsichtig mit finger werden wir das ventil einfach so weit reinstecken bis es auf kolben aufliegt mit messschieber da kommt sich auf den zettel darauf an können wir messen wie viel freigang das ventil im ot noch hat ein punkt dass wir später wissen wenn wir die nockenwellen verstellen die bilas gibt hier zum beispiel werte vor wir sollen die nockenwelle im einlass auf 2,5 mm stellen im ot vielleicht haben wir den platz gar nicht zum kolben wäre doof werden wir haben wir vorgesorgt und so weiter also wie viel haben wir da maximal damit wir einfach später beim einstellen wissen wie viel platz da ist da hoffe ich allerdings dass genug platz da ist letzter punkt der für mich am aller entscheidendsten ist bei so krassen nockenwellen ist thema nockenwellen verstellung ihr seht wir haben im einlass schon zweieinhalb millimeter hub in ot so jetzt kommt der punkt im mittleren drehzahl bereich wo wir diese diese durchspülung die ich gerade schon erklärt habe das heißt der einlass öffnet bevor der auslass überhaupt ganz zu ist man will das ganze gemisch aus dem motor rausspülen da geht die einlasswelle in die frühstellung das heißt der spanner zieht die einlasswelle 22,5 grad nach vorne das heißt das einlassventil ist in dem moment nicht zweieinhalb millimeter auf sondern die welle dreht sich 22,5 grad und in dem moment seht ihr wird weil die welle hier schon ganz schön krass wird wird das ventil eher 5 6 7 mm aufstehen dieser wert fehlt mir leider weil wir haben keine ventilerhebungskurve ich habe sie es gerade geschrieben dass er mir die einmal schicken muss weil in der kurve haben wir in dem einen lambo nockenwellen video gezeigt ventil erhebungskurve ist der ventilhub im kombination zum grad zahl der welle da kann man genau ablesen bei 22,5 grad haben wir den und den hub das müssen wir klären weil sonst passiert folgendes lehrlauf ist immer leistungsstellung da passiert erstmal nichts ich gebe einmal gas der spanner zieht in die frühstellung ist macht klung und motor dreht einfach aus und ist aus weil dann sind nämlich alle ventile krumm einerseitig den punkt müssen wir auch klären wie viel platz da ist das ist nur eine schätzung weil ich kann natürlich nicht passend dazu also falsch ich verstelle die nockenwelle 22 nach früh jetzt kann es passieren dass es im ot passt die nockenwelle dreht sich in dem moment weiter und die kurve wille dreht sich weiter und das ganze ist aber nicht symmetrisch zueinander das heißt es kann sein 5 grad nach ot ist der kolben immer noch im ot weil jeder der motor schon mal durchgedreht hat weiß merkt dass der kolben relativ lange im ot stehen bleibt im verhältnis also er fährt ganz schnell hoch bleibt oben stehen und fährt dann ganz schnell wieder runter da kann es natürlich sein dass fünf oder zehn grad nach ot auf einmal dass wenn einlassventil weiter aufgeht weil wenn sich die nockenwelle weiter dreht wird der hub immer mehr und an der stelle kann es passieren dass es dann eine kollision gibt das können wir aber anhand des freigangs im ot schon ungefähr also wenn wir wissen wir haben im ot 7 mm dann kann man in die ventilerhebungskurve reingehen und kann gucken wo die nockenwelle 7 mm hub hat und dann können wir sagen ja das passt das passt nicht am ende können wir immer noch den versteller einmal in frühstellung machen und den motor einmal durchdrehen mache ich eh am ende aber ich würde es halt gerne jetzt so zusammenbauen dass es halt funktioniert ja dann kommt das spiel mechanische tassen brauchen wir nicht erklären haben endlich male gemacht das heißt wir haben keine hydros mehr sondern eine tasse mit ventilspiel das bei diesem motor einzustellen ihr könnt euch vorstellen ist die absolute vollhülle weil man muss dieses ganze nockenwellenpaket mit kette mit versteller rausnehmen das werden wir auch nicht filmen weil das ist eine arbeit da flurig da sitze ich stundenlang drin da brauchen wir auf jeden fall musik das muss am ende alles passen das mache ich lieber alleine aber der punkt zu klären ob wir diese nockenwellen überhaupt verbauen können das würde ich gerne mit euch zusammen machen das machen wir heute ja ich würde sagen ich baue als erstes mal alles ab dass wir daran können warte auf den rückruf von zises mit der vertilierungskurve und dann geht es weiter aber sonst so optisch muss ich schon sagen gefällt mir das kann schon was und sieht halt auch schon echt nicht mehr nach spaß aus hier sieht man übrigens immer schön das kann ich euch noch kurz zeigen die drei einlassnocken sind nicht nebeneinander nein das ist nicht eine fehlproduktion sondern das liegt daran dass wenn ihr in den brennraum guckt sieht man auch wir können es einblenden dass die drei ventile nicht den gleichen winkel haben sondern ein ventil in der mitte logischerweise einen spitzeren winkel hat und deswegen auch einen anderen zeitpunkt also nicht einen anderen zeitpunkt nicht einen anderen winkel vom nocken halt einfach braucht weil das ventil einfach anders steht ja okay ich bin gespannt also das video kann leider so enden dass ja das video kann leider nur so enden dass ich noch nicht einbauen kann weil ich werde nicht den motor noch mal anpassen auf die nockenwellen weil wir haben schon taschen in den kolben drin in weiser voraussicht ich hoffe dass diese taschen tief genug sind jetzt sind die wellen allerdings wirklich so krass dass diese taschen vielleicht sogar tiefer müssten aber ich glaube es geht allerdings der punkt nockenwellen wird wirklich unterschätzt beim thema toro als beispiel um euch mal eine referenz zu geben ein vr6 der meinetwegen 600 ps hat der braucht mit serien nockenwellen für die 600 ps ich sage jetzt mal 2 bar machst du in genau den gleichen motor jetzt die krassesten nockenwellen rein die es gibt fällt der ladedruck von 2 bar ich sage realistisch auf 1,5 also in halben bar wird der laddruck abfallen für die gleiche leistung einfach nur weil der motor auf leistung so viel besser durchspült also die 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 füllung ist so viel höher dass einfach der lader gar nicht diesen druck mehr aufbaut weil die luft nicht vor dem einlassventil steht sondern in dem brennraum drin ist dadurch geht der ladung da runter ja okay jetzt zerlegen was und dann messen wir es mal durch stopp ein allerersten check was könnt ihr an der nockenwelle selber messen es gibt eine sache die kann man an nockenwellen selber messen das ist der ventilhub beziehungsweise eigentlich ist der nockenhub ihr nehmt euch einfach einen messschieber machen wir jetzt auch den nullen wir erstmal einmal jetzt gehen wir an den grundkreis das ist die fläche wo kein hub da ist nullen das ganze einmal ein bisschen hin und her drehen und gucken dass ihr den tiefsten tiefsten wert findet jetzt habt ihr quasi den grundkreis das heißt jetzt liegt das ventil an und wenn sich die nockenwelle jetzt dreht seht ihr den ventil und wir haben da auf der einlassseite alter sogar mehr bist du verrückt eigentlich haben wir einlassseitig sogar 10,8 das ist jetzt natürlich hier ein schätzeisen das ist ein schätzeisen aber 10,7 passt schon wir sollten 10,7 haben ist korrekt ja 10,7 das gleiche jetzt nochmal aus der auslassseite da würde es mich nicht wundern wenn der grundkreis auf der auslassseite jetzt ein anderer ist einfach deswegen weil damit man diesen nocken schleift also man schleift den nocken indem man den grundkreis verändert dadurch kriegt man quasi diesen hub hin die nockenwelle hat im grundkreis ein zehntel mehr jetzt nullen wir das ganze wieder geht ein ganz bisschen weniger aber das passt schon 11,9 und da gibt es wirklich nockenwellen die ich bekomme die sollen 12,0 haben also von anderen herstellern und haben am ende 11,5 oder so ne weil es halt das profil nicht her gibt und viele sich da wahrscheinlich wirklich denken ey der guckt doch eh nur auf den nocken drauf und fertig so könnt ihr zumindest schon mal den nockenhub bestimmen der passt jetzt zerlegen wir es also ich habe tatsächlich aus dem tiefsten Schrank von damals mein werkzeug rausgeholt genau das hier habe ich mir tatsächlich mal im auto angetan grüße gehen raus an Tillmann der Essklinik der war damals dabei und zwar hatte das auto mal aussetzer und es war eine ventilfeder gebrochen das heißt im leerlauf hatte das auto keine aussetzer weil da hat die vorspannung von dem bisschen feder noch gereicht um das ventil zu schließen wenn du natürlich gefahren bist boom aussetzer bis wir das gefunden haben dann haben wir im auto federn so jetzt werdet ihr euch alles fragen wie kriege ich jetzt hier die die keile raus bei einem motor wo schon köpfe drauf sind ganz einfach wir machen druck auf dem rennraum ganz wichtig dabei kontrolliert dass der zylinder im ut ist weil durch den druck drückt sich der kolben natürlich runter habe ich jetzt schon gemacht ich weiß der kolben ist unten deswegen kann ich hier jetzt einfach druck drauf machen das ganze ist natürlich nicht dicht hier deswegen ist kein problem lass uns ruhig ein bisschen pfeifen und jetzt können wir ganz einfach filmen von ihr tippen wenn ich jetzt hier reingehe wirst du sehen dass das ventil stehen bleibt und ich das nach unten drücken kann und kann hier einfach die keile rausnehmen zack das ist unser ventil jetzt kann ich euch nur empfehlen damit wir gleich keine angst haben brauchen dass das ventil rein fällt drücken wir hier einfach den silikon schlafen drauf alter sahara trick damit kann ich jetzt nämlich ventil auf und zu machen ich würde jetzt gerne noch ein ventil daneben auch machen weil ich bin mir nicht sicher welches von den drei ventil am wenigsten platz zum kolben hat das heißt ich würde in dem fall schon gerne drei machen das ist immer darauf erzählt das ist immer bei den fünf ventiler das geht relativ einfach weil wirklich die federn echt schwach sind auf den fünf ventiler krass ist wie dass der druck im brennraum reicht um das ventil zuzuhalten weil das ist ja kein sechster loch das ventil hat aber sechs millimeter und das reicht dass ich die da drauf stecken kann jetzt machen wir mal auslass auslass ist zum guten ein bisschen mehr platz das ist ein bisschen entspannter das gute ebay werkzeug für den zwanni hier wieder aber macht seinen dienst gucke ich dann an auslassseitig schon deutlich mehr saft drauf hier sehen wir schon die doppelfedern die drin sind so das war jetzt erstmal der unangenehmere teil und jetzt könnt ihr nämlich sehen den nehmen wir raus den nehmen wir raus jetzt kommt der kollege rein so jetzt sind wir im ot spannender moment ja das sind jetzt keine sieben millimeter mehr aber geil ist wie man hier das ventil hört keine angst da passiert wirklich nichts wenn ich jetzt mit dem ventil leicht auf den kolben komme das ist nicht das problem so jetzt ist das geile der kolben kann jetzt gerade ja nicht weg das heißt ich kann die dinger hier wegziehen und kann mich jetzt ausspinnen also jetzt hole ich meinen Messschieber jetzt messen wir im ot hat das Auslassmittel jetzt gerade ok aber ist doch viel viel mehr als man denkt also auslassseitig haben wir knappe 5mm Platz ich mach nochmal eine Kontrollmessung ja krass also Auslass 5mm Platz Messung Nummer 1 6,5 ja 6,8 mehr ist es definitiv nicht und das mittlere hat nämlich weniger 6,2 das ist übrigens wirklich die beste Methode wie man das ganze messen kann also egal wie viel Theorie man mit einem zerlegten Kopf und so weiter misst so hat man also noch besser ist natürlich Knete und nochmal zerlegen 6mm Knete dazwischen Ventil runter drücken ausbauen Dicke der Knete messen ist natürlich noch besser aber so ja also wir haben im ot 6mm Einlass jetzt ist das Problem dieses hat mir geschrieben 22,5 Grad haben wir vorher 5,8mm das heißt diese Nocken gehen so krass auf dass das wirklich Aua werden könnte wenn ich die Frühstellung jetzt und wir gehen jetzt gerade davon aus man hat da einen gewissen Spielgrad das kommt darauf an wie ich die Einlasswelle jetzt einstelle wenn ich die Frühverstellung nutzen will muss ich sie also im ot auf später stellen was theoretisch die Leistungsstellung ist wir wollen ja Leistung das heißt sie ist quasi im ot eher sogar noch geschlossen noch gar nicht auf und wenn ich sie dann in früh ziehe hat sie natürlich weniger Hub als wenn ich sie im ot schon früher stelle und noch früher ziehe weil früher heißt früher aufgehend das heißt früher mehr Hub das heißt wir sind auf jeden Fall schon mal eine Erkenntnis weiter und ich muss da auf jeden Fall nochmal ganz genau jetzt in den Erhebungskurve gucken wie weit wir gehen können und dann kommt noch das Problem das ganze kann 5 Grad nach ot wieder nochmal schlimmer aus sein dass die weil wenn ich jetzt ganz bisschen weiter drehe geht das Ventil definitiv deutlich weiter auf aber der Kolben bleibt dann noch stehen das heißt wir müssen es auf jeden Fall durchdrehen sonst gibt es noch die Variante wenn ich der Meinung bin ich möchte das Ventil eher als Beispiel in der Position wie mit 3 mm Hub im ot fahren dann kann ich von den ersten 1.8 T Modellen einfach nur ein Spanner einbauen ohne Versteller was ich persönlich gar nicht für so dumm halte weil jeder Versteller hat das Problem wie der schon Name sagt Versteller der verstellt sich über Öldruck dass der bei 8.000, 9.000 Umdrehungen niemals die Position halten wird da kann es passieren dass der halt jetzt ist die Frage brauche ich im mittleren Bereich dieses Ansprechverhalten oder fahre ich den Motor einfach ohne Verstellung so wie er ist das kann ich mir noch überlegen natürlich weniger Risiko ist einfach nur den Spanner rein machen ohne Verstellung und einfach erstmal so fahren Punkt 1 den haben wir schon mal erklärt das wird riskant Auslassseite kein Problem Einlassseite müsste man von der Theorie her drei Taschen rein machen was nicht so einfach ist weil man müsste jetzt wiederum markieren wo das Ventil auf den Kolben kommt und da eine Tasche rein machen was wir jetzt natürlich nicht tun werden weil der Motor ist zusammen und der soll einfach nur laufen das war eine Sache jetzt geht es um Thema Federvorspannung und was Hub mäßig geht dafür machen wir jetzt folgendes wir fangen würde ich sagen mit der Auslassseite an und müssen einmal messen den Überstand hier damit wir das gleich runter rechnen können da brauche ich einen Zettel und ein Stück einmal kurz so damit damit wir jetzt bestimmen können wie die Federvorspannung ist müssen wir die Einbaulage der Feder wissen das heißt wir müssen wissen wie weit ist diese Feder gerade vorgespannt so das ist natürlich so jetzt schwierig zu messen deswegen machen wir folgendes das ist unser Ventil hier ist der Teller übertrieben gesagt jetzt konnte ich gerade diese Höhe hier messen das sind schon mal 3,4 Millimeter das gucke ich jetzt nochmal auf ein zehntel Millimeter kommt sie am Ende eh nicht an 3,5 jetzt können wir ausgebaut schön entspannt messen Federteller und jetzt messen wir Auflagefläche Feder und Ventil wie es oben raus steht also übertrieben gesagt so und können runter rechnen wie viel Einbaulänge die Feder hat dafür müssen wir das Ventil wieder ganz nach oben ziehen 38,8 haben wir von hier nach hier so das heißt hier raus resultiert jetzt die Einbaulänge der Feder ist 38,8 minus 3,5 minus 1,8 also minus das und das und das dann haben wir diese Länge und das sind somit 37 und 3,5 34,5 Millimeter auf Außerseite das gleiche machen wir jetzt auf Einlassseite und dann sehen wir uns am Tisch also in der Mathematikstunde kam bei raus dass wir 38,2 Millimeter Einlasslänge Einbaulänge auf dem Einlass haben 34,5 Millimeter auf dem Auslass was mir jetzt komisch vorkommt weil normalerweise hat man auf beiden Seiten das gleiche Maß und jetzt ist mir wieder eingefallen man sieht es auch wenn man reinguckt wir haben die Auslassfedern schon unterlegt also ihr werdet das nicht sehen weil da drüber noch die Schaftdichtung ist aber da unten liegt schon eine kleine Scheibe drin die die Auslassfeder vorspannt so und jetzt können wir gucken wenn wir da jetzt den Hub drauf rechnen wissen wir gleich Bescheid ob das Ganze mit dem Hub der Nockenwellen funktioniert so jetzt nehmen wir unsere geniale Federwaage Marke Eigenbau allerdings nicht Eigenbau von mir sondern hat wieder einer von euch gebaut gibt es auch zu kaufen ich komme leider wirklich gerade nicht mehr auf den Namen aber findet man bestimmt im Internet das geile ist hier haben wir einmal digital einen Messschieber der uns die Federlänge sagt hier ist ein Druckaufnehmer der uns das Gewicht in Kilogramm sagt so jetzt geht es los also wir können jetzt zur Sekunde sagen wir fangen mal mit der Auslassseite an die Auslassseite hat eine Einbaulänge von ähm ratterratterratter äh was haben wir gerade gesagt das war Einlass das war Auslass ich komme immer durcheinander ob man E und I für Intake und Exhaust oder Einlass und Auslass schreibt und wir machen jetzt aber mal Auslass also ich habe mich vorhin verrechnet 38,8 im Auslass Überstand minus 3,5 minus 1,8 sind nicht 34,5 sondern 33,5 Auslass 33,5 so jetzt müssen wir das ganze mit dem Federteller allerdings messen weil hier dringend eine kleine eine kleine Kante ist das heißt die innere Feder wird mehr vorgespannt das wiederum heißt wir müssen die 1,8 wieder drauf rechnen und sind dann bei einer Höhe von 35,5 Millimeter eingebaut jetzt gucken wir einmal dass sie auf 0 ist die ist jetzt genullt das heißt jetzt können wir hier auf habe ich gesagt 35,5 35,3 genau so sitzt die Feder eingebaut und da haben wir 30 Kilogramm das ist nicht so viel das ist die Zahl die für mich eigentlich am entscheidendsten ist weil wenn das Auslassventil aufsteht interessiert uns eigentlich relativ wenig die Kraft die da in dem Moment hinter ist außer wir bauen einen Hochdrehzahlmotor da ist dann die Kraft entscheidend die das Ventil wieder zurückzieht bei uns ist aber die Sache wir wollen keine Aussetzer durch ein offenstehendes Auslassventil und das passiert halt eher wenn das Ventil im Sitz ist wenn es geschlossen ist wir aber im Krümmer 3,4 bar Gegendruck haben dieser Gegendruck drückt das Ventil dann gegen diese Kraft im Sitz von 30 Kilo auf so jetzt haben wir 20 Millimeter Hub das heißt wir müssen das ganze auf 35, auf 23,3 bei 12 Millimeter Hub dann haben wir 80 das ist ehrlich gesagt nicht viel irgendwie habe ich das Gefühl dass die Waage hier spinnt 80 das ist ziemlich wenig jetzt das entscheidende wann geht die Feder auf Block auf Block heißt dass zwischen den Windungen kein Platz mehr ist bei 17,8 ok Leute das zeigt mir wir verschenken hier ziemlich viel Potenzial Maximal Hub ist die Feder bei 23,3 sie geht aber bis 17,8 das heißt wir haben noch über 4 Millimeter Rest 4,5 Millimeter hat die Feder noch Luft das heißt man könnte sie tatsächlich 3 Millimeter unterlegen 4 Millimeter was viel ist scheiße ich sehe schon wieder die Kacke da ausbauen so egal aber genau Jungs das ist wichtig und Mädels das muss man einfach überprüfen damit es nicht am Ende im Einbau Ärger gibt weil das auf dem Prüfstand mit heißem Motor machen ist die Hölle Einlass hatten wir 42,8 minus 1,8 minus 2,8 sind 41 39 38,2 Einbaulänge jetzt wieder plus 1,8 weil wir das auch mit Teller wobei in dem Fall brauchen wir es gar nicht mit Teller machen das ist egal wobei wir machen es mit Teller kann man einfach errechnen sind nämlich genau 40 die ist halt echt weich gucken wir noch nicht mal 40 die hat mal 12 Kilo 10,7 Hub das heißt wir müssen auf 39,3 sorry 29,3 schon wieder zu viele Zahlen so spät es kann noch keinen Schwanz liegen hier da sind wir bei 31,5 so bei ich schreibe es nochmal 29,3 jetzt gucken wir was hier ein Hub kann da geht es auf Block 20,6 das heißt auf der Einlassseite verschinken wir noch mehr auf der Einlassseite Einbaulänge 40 Millimeter auf Block geht sie erst bei 20,6 das heißt man könnte die Feder übertrieben gesagt 9 Millimeter unterlegen das ist verdammt viel und um euch einfach mal zu zeigen wie viel das ist so und das hier sind 29,3 und jetzt guckt euch mal wie viel Platz hier noch ist wie weit wir noch bis können bis auf Block sind hier so 21 so und jetzt um das mal auf der Waage zu zeigen 29,3 wo wir jetzt gerade bei Max sind sind 31 Kilo wir können aber ohne Probleme auf 45 Kilo das macht aber noch mehr Unterschied macht das eigentlich in der Einbaulänge weil im Ruhezustand haben wir jetzt gerade 12 wir könnten aber 8 Millimeter unterlegen das heißt der Ruhezustand wäre bei 32 das heißt wir hätten 27 statt 12 Kilogramm das ist überall das Doppelte im Sitz und genau so ist auf der Auslassseite auch Auslassseite 33,5 plus 1 sind 35,3 haben wir 22 Leute ich kann euch nicht sagen was mit dieser Waage ist sie zeigt immer was anderes an also wir nehmen keine Garantie auf die Kilogramm Zahlen die hier rauskommt das muss ich leider nochmal in Ruhe überprüfen das tut mir leid dafür ist es zu unterschiedlich aber man sieht auf jeden Fall dass wir na guck jetzt sind wir so noch bei 27 und hier könnten wir ja 4,5 Millimeter mehr 23,3 sind wir bei 70 und wenn wir jetzt mehr machen seht ihr wie es schon noch deutlich nach oben geht ok also zusammenfassend das war scheiße können wir sagen Waage ich bin mir nicht sicher ich muss diese Kilogramm Zahl auf einer anderen Waage überprüfen aber was schon mal gut ist der Motor wäre nicht auf Block gegangen von den Federn wir verschenken nur definitiv ein Potenzial in der Vorspannung also man kann die definitiv mehr vorspannen ähm aber mit Thema Nockenwellenverstellung hätte ein böses Ende genommen weil wir haben dort nur wir sehen es ja gleich im Video Auslassseitig 5 Einlassseitig 6 Millimeter ne Auslass 6 Einlass 5 ne Auslass 5 Einlass 6 egal wir können das gleiche Video nochmal angucken habe ich leider in dem Moment nicht mitgeschrieben das heißt Einlassverstellung mein Bauchgefühl sagt mir wir gehen lieber auf keine Versteller und fahren diese krassen Nockenwellen erstmal ohne Versteller und gucken uns einfach mal die Leistungskurve an wie das Ganze so fährt aber ich würde sagen das reicht für heute mir raucht der Kopf wir haben alles richtig gemacht das nochmal nachzumessen im nächsten Video sage ich euch ob wir die Fehler nochmal unterlegen und was wir mit den Versteller machen und dann geht es nämlich weiter mit Thema Motorlager in diesem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal